ich mache es ab dem Haus und es ist die Macht anzureich erledigt Prozent von der Verkaufnahme der Ocke geht schägt der Bruder und gleiche Fahrrad der Betriebser hat Ich hab die Map-Name vergessen. Zu Portal 2, The Deep Underground. Und wir können ein Portal an die Decke setzen. Ja, damit haben wir uns die letzten 15 Minuten schon beschäftigt. Ja, circa. Circa, ja. Also, was machen wir? Ich würde sagen, wir legen los. Hier sind wir rausgekommen. Und hier werden wir jetzt reingehen. Genau. In den Deep Underground. Das ist noch die Schilder lesen. Danke für die freiwillige Teilnahme. Wow, hier sind Sicherheitskameras. Bitte gehen Sie zu Ihrem Tisch zurück und erwarten Sie weitere Möglichkeiten. Okay, komm mal. Wir werden beobachtet. Nicht hinsehen. Wo bist du überhaupt? Hier. Guck mal. Nicht hinsehen, nicht hinsehen, nicht hinsehen. Wir können sehen, was sie sieht. Wie? Ach so. Oh hey, was macht der Knopf hier? Oh, das ist der Stuhl. Kann man die benutzen? Wir können umschalten. Ich nicht. Geh nicht hin, Knopf. Da liegt sie. Wer? Da liegt wo? Sell. Siehst du das nicht? Ach so, ja. Ja. Nix als Bild. Äh. Ach, das sind wir. Ach so, warte mal. Äh. Was heil. Huh. Hey, sieh mich tanzen, sieh mich tanzen, sieh mich tanzen. Schalt um. Schalt um. Bin interessiert das Web. Hehehe. Naja, ähm. Naja, ähm. Egal. Also, dann gucken mal weiter. Hm. In Rampenlicht. Oh. Scheibe vergehen. Du stehst mir voll im Licht. Ich stehe dir voll im Bild auf. Oh, das sieht mir nach spannenden Rätseln aus. Uh. Cave Johnson. Cave Johnson, wer ist das? Oh. Das, 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 das neben ihm ist wohl, Carol. Ja. Deine Assistentin. Doch bekannt als Kratos. Äh, ich meine, ich will natürlich die Story nicht spoilern. Aber, ja. Ähm, ja. We know come out. Oh, doch. Cave Johnson, das war's. Ja, ne, wir müssen irgendwie die Würfel, die davon rum kommt, fangen. Ich mach mal. Aus dem Weg, Patrick. Ui. Wobei, ein bisschen fällt, muss ich da noch hoch. Ja. Was ist denn da unten alles? Hm. Aber, es sollte eigentlich nicht schwer sein, so gesehen. Nachdem die letzte uns ein bisschen zu schwer war. Oh. Okay, überlebt. Oh. Weißt du was? Ich kann versuchen, den Würfel runterzauern, weil du kannst versuchen, da den Würfel runterzauern. Warte mal, warte mal. Hier unten ist eine, äh, Plattform. Was für eine Plattform? Eine, äh, weiße Plattform. Oh. Warte mal, ich hab ne Idee. Warte mal kurz. Soll ich hier das? Warte mal kurz, ich hab. Warte mal kurz, ich hab. Und zwar, wenn man guckt, äh, hier hinten ist eine, schräge Plattform, äh, äh, danke. Schräge Plattform, und dann, wenn man hier, äh, hier runter geht dann. Und von hier dann viel, äh, das ist das dunkle Portal oben. Ja, das ist dunkel? Nein. Was war das dunkel? Äh, äh. Nein. Wuuu. Ah. Da muss man weiterkommen noch. Scheiße. Okay, Johnson, das war's. Ah, okay. Das muss die Verratung herlaufen. Jo. Okay. Gut. Das heißt. Das heißt. Ähm. Mach ein paar Teil dahin. Ja. Und das andere probier mal da runter. Genau. Und dann, let's try again. Was? Den Laser? Nee, hüpfen. Wohin? Äh. Wohin? Uh, komm ich hoch, komm. Äh. Äh, äh. Oh shit. Hey. Ich bin irgendwo anders rausgekommen. Hm. Cool. Da oben. Oh, hier muss der Würfel rein. Scheiße. Hehehe. Ich will nicht schon wieder sterben. Natürlich, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich muss jetzt irgendwie wieder zu dir runterkommen. Oder mit dem... Mach das gleich nochmal, aber nimm den Würfel mit. Das heißt nochmal hier hochhüpfen, oder wie? Ja, genau. Und dann lässt du dich wieder zurück durch das... Also dann fesse quasi in das, äh. In das Ding rein und dann würde mir das Ding wieder zurückfallen. Wobei du hast gerade mein rotes zu stört. Kann das sein? Du kannst dich wieder hin, äh, schießen. Ja, wo war denn das Ding nochmal? Warte mal kurz, ich muss da oben in die Plattform hin. Ja. Hier, wo war mein rotes? Da unten, warte mal kurz noch. Ich seh schon. Äh, nein, ich seh nicht. Hier war mein rotes? Ja. Da? Wo jetzt dein blaues ist? Ja, wo es mein dunkelblaues ist. Und das andere war wo? Da unten, oder? Das andere war an der schrägen drüben. An der schrägen drüben. Ja. Da da unten. Das rote war da unten. Hier kommt da eins hin? Nein, meins kommt da rüber. Wie soll ich von hier jetzt noch da rüber kommen? Du schießt eins da unten hin? Ja. Ja. Da eins da. Ja. Wie soll ich hier noch darüber zielen können? Wo bist du da? Hier. Weiter gucken. Na wo? Oh. Ja. Das ist doof. Giltig. Nein. Du kannst auf das andere auch noch zielen. Lass mein hellblaues einfach da drüben. Ja. Ja. Und wie wir es... So wie wir es vorher gemacht haben. Mach. Okay, wenn du fall back. Hoffentlich. Ja und wie? Ich fang. Ja, ich fang. Ich fang. Ich fang. Also ich... Ich fang. Ich fang. Gib mir den Würfel. Ja, ich käme ja nicht mal aus. Ich fang. Ich fang. Ich fang. Ja. Ha, ha, ha. Und du hast mich voll abgedriftet. Ja. Ich bin auch vorher. Ich bin nur hier gelandet, weil ich in dich rein... Ja. Rein bin. Ha. So. Dann müssen wir jetzt den Laser noch raufkriegen. Ehm. Ok, hier rein. Ist klar. Ich fang. Oh, ich fang. um war ppp dann drehen doch er musste ich irgendwie wieder hier aufkriegen ja das fand ich das ja nicht schlecht okay kapitel start oder das muss zu gehen also da wo wir reingekommen sind beim käften halbwegs schmerzlos nicht unterfallen ich bin drüben warten noch so wurden schon zu spät wir schon gehen ja ja wo bin ich hier du bist ja ich hab's schon gesehen dann muss ich doch mal zurück durch das kann man durchgehen nein kann ich da unten mein rotes hinschießen warte schnell um mein rotes hinzuschließen geht nicht mehr kannst du es da rüberschießen ach ja ja kann ich dann lass mich wie soll ich denn da rüberkommen ich muss erst mal hier aufs 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 auf die regeln warte mal kurz hin warte kurz warte kurz pass auf machen wir das so hoffentlich gehe ich nicht drauf scheiße ok ich vertraue mal drauf Ja. There is nothing to worry about. Ah. Weißt du was das gemeinste ist? Ha? Geh mal kurz aus dem Niesbrett, damit ich die Leser nicht triffe. Geh rein. Wenn er den nämlich längs... Ja, was? Ah! Ich glaube wir haben es geschafft. Alles. Hooooohly shiit. Hooooohhhhhhh! Hoooooohhhh! Hooooohhhhhh! ich glaube naja ich brauchte ich jedenfalls ich glaube wir haben es geschafft das sieht mir aus wie eine lagerhalle sieht mir aus nach gel im multiplayer das ist das bietige erbau ist ja auch hier im schalter immer darum selber umstehen Ja, wir kriegste, wir kriegste. der Gale von hier woanders hin? Gute Frage. Sprich, wo muss es hin? Bessere Frage. Wir wollen nach oben. Offensichtlich schon. Das heißt, gibt es hier irgendwo schon eine weiße Fläche, die vielleicht irgendwie, also wo ein Portal am Boden rauskommt und wir dann raufrennen können eventuell? Ähm. Ähm. Oder hier können wir versuchen reinzurennen. Ja, das ist eine Möglichkeit, hier rein. Und dann drüben raus irgendwo. Aber ich frage jetzt, wie kriegen wir das Gel hierher? Moment, mir schläft die Hand sein. Boah. Bring me peace until my planet. Oh. Hm. Hm. Warte auf mich. Wie bewege ich mich eigentlich bei dir? Oh. Ich war grad nicht da. Hier ist, ähm. Okay, hier ist, hier ist unser Freund und Helfer. Äh, das ist, das ist... Ja, wieso, jetzt hier zurückkommt, du Schlaumeier. Hier ist auch eine Fläche. Wahrscheinlich nicht. Ich hab schon, hab schon, hab schon. Jawohl. Hm. Wenn hier bei den Grid. Ja. Ich hab das Grid irgendwie deaktiviert. Warte mal. Lauf. Pass auf. Und zwar. Mach mal das da hin. Hier ist eigentlich nicht... Hier brauch ich eigentlich kein Grid. Kriegste, dass er vielleicht... Ich krieg da 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 oben raus. Da oben. Kriegste da ein Portal. Dann müsst ihr es einfach da hinkriegen können. Ja. Gut. Und jetzt muss ich es irgendwie noch überall hinbringen. So. Geht, geht aufs Grid, geht aufs Grid, geht aufs Grid. Ja, das müssen wir es ein paar Mal noch machen. Ne, probier mal, das reicht sicher. Ja, wohin will ich denn? Keine Ahnung, aber... Das ist gut genug, glaube ich. Und? Hm. Hm. I don't think it's enough. Okay. Also, was die Erden wäre drin. So. Und das hat er, wenn es durchs Grid gehen kann. Ah, jetzt zum Beispiel. Geh mal durch. Ah, viel mehr hin.